Wow, super! Das ist die Chance und das Tor! Der Bellinghausen-März! Und was der feiert, was der sein Tor hier feiert, der Bellinghausen. Das war der, der vorhin noch geschlafen hat bei dem Freistoß. Die lange Flanke. Da wird endlich mal mit einer langen Flanke operiert. Und dann die Kopfballvorlage von Benni Auer zu Bellinghausen. Der macht sein zweites Tor in dieser Saison. Sagt unter die Querlatte. Du bist einfach wunderbar. Den rechten Fuß. Erstes Tor dann links.